Aus meiner Sicht hat Jerome Paul heute einen Kommunikationsfehler begangen, an dem die Aktienmärkte derzeit schon knabbern und vielleicht noch etwas länger zu knabbern haben. Denn der Fed-Chef hat angekündigt, dass das Tapering kommen wird. Okay, das ist ja eigentlich nicht überraschend, aber es sind noch ein paar Dinge dazu gesagt worden. Die sind ein bisschen überraschend, beziehungsweise Dinge, die nicht gesagt wurden, haben die Märkte auch verstimmt. Und das ist der Grund, warum dann die Rallye dann zumindest mal abgestoppt, abgebremst und nicht mehr so richtig am Laufen ist. Jerome Paul hat ja eine Geschichte in Sachen Kommunikationsfehler. Sie erinnern sich vielleicht, den Dezember 2018, 19. Dezember, da hat Paul die Zinsen angehoben. Das hatte man erwartet, das war eigentlich nicht so das Problem. Aber dann sagte er, diese ganze Bilanzreduzierung, die mit der Zinsanhebung dann einhergehen wird, die sei auf Autopilot. Die sei also praktisch gesteuert, da würde gar nichts dran geändert. Und das hat die Märkte richtig schockiert. Alle waren damals, das war am 19. Dezember, wie gesagt, waren auf eine Weihnachtsrallye programmiert. Und dann ging es nach unten. Das war ein richtiges Desaster für viele. Da hat es richtige Margin Calls gegeben. Da hat es viele erwischt. Jeff Gundlach hat das damals sehr schnell erkannt und gesagt, das war ein Riesenfehler. So kann das nicht passieren. Schauen wir uns mal an, was der gute Mann heute gesagt hat. Hier dieser Satz. It's time to taper, not time to raise rates. Also Zeit für Tapering, aber nicht die Zinsen anzuheben. Wer hat denn überhaupt von einer Zinsanhebung gesprochen? Dass Paul das, was eigentlich selbstverständlich ist, hier nochmal erwähnt hat, dann im Prinzip so ein bisschen am Horizont eben diese Zinsanhebungen offenkundig werden lassen. Man sieht also jetzt schon am Horizont das Potenzial für Zinsanhebungen. Die Fed ist ohnehin weit, weit hinter der Kurve mit ihrer Geldpolitik. Dementsprechend auch Lagarde ein bisschen entsetzt. Paul nach dieser Aussage deutlich gealtert, wie Sie hier sehen. Und er sagte auch, die Inflation und Employment Goals, also die Ziele, Inflation und Beschäftigung, die seien somewhat in tension, also gewissermaßen in einer gewissen Spannung zueinander. Und überhaupt sei jetzt die aktuelle Situation nicht unbedingt, oder das Framework der Fed sei nicht unbedingt designt worden für die aktuelle Situation. Was aber wirklich auffällig ist, und das hat die Märkte wohl auch erschreckt, dass hier dieser selbstbewusste Ton, den Jerome Paul noch in Jackson Hole damals einen Tag gelegt hatte, als er sagte, hey, entspannt euch, die Inflation ist transitory, ich habe den Durchblick, wir bei der Fed haben den Durchblick, das geht vorbei, der ist komplett weg, da ist überhaupt keine Rede mehr davon. Und das ist die andere Geschichte, die jetzt die Märkte so ein bisschen nervt. Also das ist der totale Abgesang auf das Mantra transitory, davon ist keine Rede mehr. Und die Daten, wie ich Ihnen gleich zeigen werde, zeigen, dass davon auch keine Rede mehr sein kann. Sven Henrik kommentiert, bösartig. Wir haben unsere Longs geschlossen und wir haben jetzt angekündigt, nicht mehr zu traden. Und jetzt können wir ja tapering beginnen. Sie wissen ja, dass die Fed jetzt gestern gesagt hat, also wir werden das Handeln der Fed-Mitglieder deutlich einschränken, muss man monatelang vorher ankündigen. Und in Stressphasen der Märkte dürfen sie gar nicht mehr handeln. Also das ist natürlich nur ein Zufall, meine Damen und Herren, dass das jetzt kommt. Gold zum Beispiel war im Vorfeld dieser Aussagen von Jerome Powell deutlich gestiegen. Und normalerweise, wie Dave Krenzler hier sagt, ist das eigentlich eine gute Geschichte, wenn Gold steigt, obwohl die Renditen steigen. Also die Staatsanleihenrenditen. Und die sind ja gestiegen auf den höchsten Stand seit langer, langer Zeit. Jedenfalls war das, so sagt Krenzler hier seit den 70er Jahren der Fall. Das ist die Art und Weise, wie Gold signalisiert, dass die Fed weit hinter der Kurve ist. Und exakt das ist der Fall. Und das hat man vielleicht jetzt kapiert. Schauen wir uns aber zunächst mal dieses QI an, der Fed, was sie betrieben hat. Also diese Anleihekäufe seit 2008 hat man oder ist die Wirtschaft der USA um 3,5 Billionen Dollar gewachsen. Das ist praktisch so, dass die Fed seitdem das Zwölffache gedruckt hat. Das heißt, man braucht seit 2008 praktisch viel, viel mehr Dollars. Jeder Dollar, der Wachstum in die Wirtschaft bringt, der wird mit 12 Dollar neuen Schulden bezahlt. Das ist natürlich eine katastrophale Relation. Und eins muss klar sein, dass Quantitative Easing, die Anleihekäufe, die helfen der Wirtschaft nicht. Wie sollen sie auch, wenn die Zinsen ohnehin bei Null sind, sondern sie helfen nur den Finanzmärkten. Das ist das einzige Ziel. Und an diesen Finanzmärkten hängt ja so viel. 200 Prozent des BIPs, 47 Billionen, der Reichtum der Amerikaner ist maßgeblich eben auch am Aktienmarkt geparkt. Würde die Fed jetzt normalerweise agieren, dass sie praktisch nicht die Wirtschaft stimuliert und auch nicht bremst, dann müssten die Zinsen deutlich, deutlich höher sein. Hier sehen wir mal, alleine zwischen Dezember 2019 und August 2021 ist die Geldmenge um 5,5 Billionen gestiegen. Das ist ein Anstieg um 35,7 Prozent in eineinhalb Jahren der bisherigen Fed-Bilanz, also der bisherigen Geldmenge. Und das sind einfach so absurde Dimensionen, die man sich kaum vorstellen kann. Die Wirtschaft bringt es nicht wirklich viel. Das ist schlichtweg das Problem. Die Wirtschaft hat mehr gebracht als Helikoptergeld, das der Staat ausgeschüttet hat, weil die Amis dann eben wirklich konsumiert haben. Aber jetzt kommen wir eben zu der schwierigen Situation, zu der Situation, auf die Paul jetzt reagiert, warum dieses ganze Geschwätz von Transitory einfach nicht mehr funktioniert. Heute unter anderem Einkaufsmanager in die Cs. Da war die Rede davon, dass die Unternehmen so stark gestiegene Kosten haben wie noch nie, seit es die Datenerfassung gibt und so stark die Preise angehoben haben, seit die Daten hier erfasst werden. Also das ist doch eine ziemlich klare Botschaft. Das sehen wir. Das Gleiche auch in der deutschen Wirtschaft heute, die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland und der Eurozone. Hier sehen wir eine Stagflation bereits. Die deutsche Wirtschaft, so sagt Market, dass die Daten erhebte, die sei stagnierend inzwischen schon im vierten Quartal, während die Inflation weiter hoch ist. Das nennt man dann Stagflation. Hier schreibt man wirklich, besorgniserregend ist, dass die Wachstumsverlangsamung mit einer erneuten Beschleinigung des Anstiegs der Einkaufs- und Verkaufspreise der Unternehmen zusammenfällt. Da schien im Sommer ja ein Hochpunkt erreicht zu sein. Aber jetzt ist das nochmal getoppt worden, sodass die Unternehmen die Verkaufspreise im Oktober mit Rekordrate anhoben, um die höheren Kosten zu decken. Das sollte man in New York-Lot verbieten. Meine Damen und Herren, ganz ähnliche Aussagen aus der Eurozone insgesamt. Hier heißt es Selling Price Inflation Accelerated, einfach weil die Firmen praktisch nicht anders können, als die Preise anzuheben. Dementsprechend auch in UK, also in Großbritannien sehen wir, dass ein neuer Rekord erreicht wurde. Seit 20 Jahren gibt es hier diese Erfassung der Einkaufsmanager-Indizes in Großbritannien und noch nie so stark sind die Preise und die Inputkosten für die Unternehmen gestiegen. Und diese Inputkosten, das nennt man Erzeugerpreise, die sind ja mit schmalen 14, gut 14 Prozent in Deutschland gestiegen. Und wir sehen, da dürfte dann eben auch die Verbraucherpreise, dürften dann folgen, dürften nochmal weiter nach oben gehen. Das gibt einen klaren Zusammenhang. Zwar sind Erzeugerpreise nicht gleich Verbraucherpreise, weil Firmen andere Dinge kaufen, als Verbraucher konsumieren. Aber na klar, sie müssen diese gestiegenen Kosten weitergehen. Und die Märkte reagieren darauf. Wir sehen die 10-jährige Deutsche Bundesanleihe jetzt nur noch knapp negativ mit minus 0,07 Prozent. Das ist die höchste Rendite, in Anführungszeichen höchste seit Mai 2019. Die Inflationserwartungen in der Eurozone haben 2 Prozent erreicht, das erste Mal seit 2014. Und die 5-Year-Break-Events sind in den USA mit einem neuen Allzeit hoch, waren kurzzeitig über 3 Prozent gestiegen. Und John Authors sagt hier richtig, ja, also normal reagieren diese Inflationserwartungen sehr stark auf den Ölpreis. Und ja, der Ölpreis ist gestiegen. Aber vor einiger Zeit, als die, vor vielen Jahren, als die Inflationserwartungen ähnlich hoch waren, da war der Ölpreis noch viel höher. Also das war eine völlig andere Situation. JP Morgan sagt, ja, macht euch keine Sorgen, weil die US-Wirtschaft, die ist inzwischen viel weniger abhängig von fossilen Energieträgern. Wer es glaubt, wird ganz bestimmt selig, gell. Die Amerikaner, die fahren ja alle mit Elektroautos, gell, mit ihren Pick-up-Trucks, gell, die sind alle elektrifiziert. Schauen wir mal zu den Märkten, meine Damen und Herren. Wir sehen, die Aktienmärkte auf Allzeithoch, heute neues Allzeithoch im S&P etwa. Aber nur 60 Prozent der Aktien in diesem Index handeln über ihrem 50-Tages-Durchschnitt ungewöhnlich. Und wir sehen, dass Unternehmen, die melden und mit ihren Zahlen enttäuschen, wie gestern Snap vor allem, wie gestern Intel, wie davor IBM, wie heute Beyond Meat richtiggehend abverkauft werden. So war das eben bei Beyond Meat mit wirklich katastrophalen Zahlen und sehr, sehr schwachem Ausblick. Und das Gegenteil ist heute passiert bei diesem SPAC Digital World Acquisition Corp. DVAC ist da das Kürzel. Dieses Ding ist teilweise über 200 Prozent heute wieder gestiegen. Hat eine Tagesrange von 68 Dollar bis 175 Dollar. Das muss man sich mal vorstellen. Da ist man ja eine Partnerschaft eingegangen mit der Trump Media and Technology Group. Sie wissen, dass Trump ja hier soziale Medien gründen will mit dem Namen Juice. Also Wahrheit, das ist wahrscheinlich ein durchaus guter Scherz. Denn mit der Wahrheit hat es der Donnie nicht so sehr Geld. Die Wahrheit ist nur das, was ihm nützt. Das ist das Prinzip von Sid Donald, aber schön, dass er wieder da ist. Jetzt wird es wieder spannend. Da gab es einen Hedgefund, der vorher in diesem SPAC investiert war und dann sehr zeitnah mit ganz schmalem Gewinn verkauft hatte. Der hätte sich richtig reich gemacht. Kommen wir zu China nochmal ganz kurz. Wir hatten ja hier die Meldung gehabt, dass ein Bond bedient wurde. Ein Dollar Bond von Evergrande hier bedient worden war. Jetzt aber sagt eine Einheit von Evergrande, man sei sich nicht sicher, ob man jetzt die bald anstehenden Obligationen wirklich erfüllen könne. Das haben die Märkte mal wieder so abgeschüttelt. Egal, macht nichts. Und wir haben wieder ein neues von Xi Jinping. Der aufrufte zu mehr Einsatz in Sachen Strom. Also hier soll man alles tun, damit hier China genug Strom, genug Power hat, genug Kohle bekommt etc. Aber die Preise sollen dabei gefälligst nicht steigen. Das hat dann praktisch die Aufsichtsbehörde, hat dann nochmal führende Industriekonzerne zusammengerufen und gesagt, also hier müsst ihr schauen, dass hier ja möglichst nicht die Preise angehoben werden. Das zeigt, wie absurd diese Situation einer Planwirtschaft wirklich ist. Und die Planwirtschaft ist auch das Stichwort bei der FED und bei der EZB, die sind da jetzt alle für Klima zuständig hat. Heute hat San Francisco FED-Chefen Daily, die Sie hier im Bild sehen, gesagt, die Klimarisiken würden sozusagen die Kernaufgaben der FED ganz direkt berühren. Ganz sicher. Nein, also hier, wenn es heiß ist, dann drücken wir 20 Milliarden, wenn es weniger heiß ist, 10 Milliarden. Das ist wahrscheinlich damit gemeint. Und es gibt eine Prognose, dass La Nina mit einer 87-prozentigen Wahrscheinlichkeit einen kalten Winter bringen wird. Und das wäre ja eine schlechte Nachricht, da wir ja jetzt nicht so die vollen Lager haben. Die Energiekrise, Sie wissen das, die ist ja der Fall. Vielleicht noch eine kurze Bemerkung. Heute Morgen hatte ich diesen Chart gezeigt. Vergleich zwischen S&P 500 und Bitcoin. Da haben viele, wahrscheinlich Bitcoin-Fans, gesagt, Mensch, das ist ja ein Quatschchart, da wird ja unterschlagen, dass Bitcoin viel, viel deutlicher gestiegen ist. Das stimmt natürlich, das habe ich vorausgesetzt. Alle wissen, dass Bitcoin seit Januar 2020 viel stärker gestiegen ist als der S&P 500. Hier geht es aber um einen Strukturvergleich. Hier geht es sozusagen zu zeigen, dass die sich schon ähnlich bewegen. Bitcoin ja heute etwas unter Druck in Richtung 60.000 Dollar wieder gefallen. Also das einfach nochmal, um das Ganze hier klar zu machen. Und was ich Ihnen noch anempfehlen will, bevor ich Sie ins Wochenende hinterlasse, das ist der Artikel Xi Jinping und die Geschäftspraktiken der Roten Elite, wo Desmond de Schum mit dem Buch Red Roulette ein unglaubliches Werk geschaffen hat aus meiner Sicht. Das ist die erste wirkliche Insider-Geschichte eines Menschen, der mit den Großkopferten in China zu tun hatte, mit den Roten Prinzen, also den Nachfahren derjenigen, die bei Mao's langem Marsch dabei waren. Einer dieser Nachfahren ist Xi Jinping selbst. Desmond de Schum war ein extrem reicher Immobilienentwickler. Der hat mit seiner Frau Hinz und Kunz hier bewirtschaftet. Der ist eingegangen, ausgegangen aus den Türen der mächtigsten Leute. Aber dann ist seine Frau in Ungnade gefallen, wurde verschleppt, war vier Jahre verschwunden. Und er hat dieses faszinierende Buch geschrieben, das ich aktuell lese. Und hier in diesem Artikel ist ein Interview mit ihm verlinkt, das wirklich faszinierend ist. Das zeigt, welche Dimensionen hier in China der Fall sind. Wir werden in der nächsten Folge von Bum und Bastian mit einem absoluten China-Kenner sprechen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Es ist ein wichtiges, großes Thema. Also meine direkte Empfehlung, ziehen Sie sich das rein. Es wird Ihnen nicht schaden. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns am Montag, hoffe ich. Bis dann. Servus, ciao.